Ich glaube, unsere große Stärke ist, dass wir das vielleicht gar nicht so ernst nehmen. Ich glaube, wenn man in österreichischen Fußball nicht so ernst nimmt, dass das vielleicht ein Vorteil ist. Weil ich einfach seit drei Tagen mit Magenproblemen und Durfall zu kämpfen habe, war ich halt kurz vor dem Rennen noch mal im Häusl. Ihr Vorsprung an sich, äh, riesig. Ist die Skisport-Saison vorbei oder warum sind Sie wieder hier? Ja, die ist schon wieder vorbei. Und hoffe, dass Sie dann wieder rechtzeitig mit dabei sind zum großen WM-Finale in Köln zwischen Kanada und Russland. Schweden. Entschuldigung. Sie haben einiges verpasst, das darf ich Ihnen sagen, aber nichts versäumt, denn wir zeigen Ihnen gleich die Zusammenfassung, die Wiederholung dieses zweiten Saisonrennens, ist das Alex Furz, ein Alex Furz. Wie stehen Sie zu dieser Bestellung des Marcel Koller? Ich glaube nicht, dass das eine glückliche Entscheidung war. Ich bin auch ein Kritiker von dieser Entscheidung. Gute Nacht. Gute Nacht. particles. Ich bin auch ein Kritiker von dieser Saisonrennensoren. Lachsend halb Конsten ist für inhaltlich, Untertitelung des ZDF, 2020